All das, was Sie jetzt gerade hier erleben, können Sie ab sofort live auf Ihrer Veranstaltung haben. Statt einer klassischen Powerpoint-Projektion in meinem Rücken arbeite ich mit interaktiven Hologrammen. Drei-dimensionale Bildwelten, die in der Luft entstehen zwischen mir und Ihrem Publikum. Das heißt, dass Sie sind keine bearbeiteten Bilder, sondern das ist genau das, was Sie live auf Ihrer Veranstaltung haben können. Ich bin persönlich bei Ihnen vor Ort mit meinen Hologrammen. Powerpoint-Vergester. Heute ist Hologramm. Powerpoint-Vergester. Powerpoint-Vergester. Vielen Dank.